Warum spielt eine Frau heiß-kalt-Spiele? Warum ist sie in dem einen Moment extrem warm, extrem fürsorglich? Es könnte potenziell was werden und dann plötzlich im anderen Moment sie ist kalt, emotional nicht verfügbar, hat keine Lust auf dich, schreibt ihr vielleicht nicht zurück. Ich werde dir drei Gründe nennen, warum das der Fall ist. Und darüber hinaus werde ich dir einen ultimativen Lösungsweg geben, damit du dir den ganzen Stress mit den Mädels nicht antun musst. Und falls du dich fragst, okay, wer ist dieser Typ eigentlich? Mein Name ist Matt Alvarez. Ich habe in den letzten Jahren über 404 beschäftigten Männern dabei. Geholfen, die richtige Art von Frau zu finden, sie zu behalten und letztendlich sich nie wieder Gedanken haben, um das ganze Thema zu machen. Ich bin ehrlich mit dir, wenn du viel beschäftigt bist, wenn du etwas in deinem Leben tust, du hast keine Zeit, um dir das ganze Drama mit den Frauen zu geben. Und deswegen mache ich diese Videos, deswegen habe ich diese Unternehmen. So, kommen wir direkt zu Punkt Nummer 1. Eine Frau spielt heiß-kalt-Spiele, weil sie dich testen will. So, vielleicht hast du, wenn du schon in diesem ganzen Erfolg mit Frauen-Thema drin bist, etwas von dem Shit-Test gehört. Der Shit-Test ist nichts anderes als ein Test, wo die Frau schaut, okay, ist der Typ, der jetzt gerade vor mir ist, ist der wirklich so cool, wie er vorgibt zu sein? Oder ist das ein Clown? Und warum tut sie das? Sie will sicher gehen, dass sie keine Schwangerschaft hat, dass sie kein Kind bekommt mit einem Typen, der ein Weckor ist. Hat auch einen sehr, sehr einfachen Grund, weil rein evolutionär, damals gab es ja keine Verhütungsmethoden, es war so, dass die Frau dann in einem sehr, sehr verletzlichen Zustand war und immer noch ist, wenn sie schwanger ist. Und sie will nicht, dass sie mit einem Typen zu tun hat, der nicht auf sie aufpasst. Und darüber hinaus will sie natürlich auch keinen Mann haben, der schlechte Gene hat, weil sie will ja dafür sorgen, dass das Kind, was sie bekommt, dass es die bestmöglichen Gene hat, um zu überleben. So, und dieser Mechanismus, der ist bis heute da. Ganz egal, ob wir diese Pillen haben oder nicht, der ist bis heute da. Und ergo, dieser Test ist weiterhin auch heute omnipräsent. Und der Shit-Test sieht so aus. Sie fühlt etwas für dich, sie hat auch wirklich Lust auf dich, aber sie ist sich nicht ganz sicher. Deswegen guckt sie auf sogenannte ehrliche Signale. Wie sehen diese ehrlichen Signale aus? Ich gebe dir mehrere Beispiele. Ich war auf einem Date und diese Frau war ein bisschen größer als ich. Die guckt mich an und ist so, ja, du bist schon ziemlich klein. So, was macht sie? Sie testet mich. Sie testet, ob ich wirklich der Typ bin, hier, oder ob ich ein Clown bin. Weil wenn ich ein Clown bin, dann wäre ich so, ah, aber wir können das ja trotzdem irgendwie machen. Ich würde das alles viel zu ernst nehmen. Ich würde sehr, sehr reaktiv zu ihr sein. Und dann würde sie sehen, okay, der Typ ist eine Katastrophe. So, mit dem will ich nichts zu tun haben. Aber, was ich in diesem Moment gemacht habe, ich habe die angeguckt, habe ein bisschen gelächelt und habe gesagt, okay, ja, ich akzeptiere dich trotz seiner Größe, macht immer keinen Stress. Und ich habe das Thema gewechselt, als ob nichts passiert wäre. Weil in diesem Moment hat sie gesehen, okay, der Typ hat Selbstbewusstsein. Selbst wenn ich da so ein bisschen rumpikse, und das sieht meistens so aus, wenn sie heiß-kalt-Spiele spielt, wenn sie mal vielleicht eine Woche nicht verfügbar ist, wenn du komplett unreaktiv dazu bist, so tust, als wenn nichts passiert, dann wird sie sich denken, okay, krass, alle anderen Männer verhalten sich wie kleine Bitches. Und der ist einfach super entspannt drauf. Dann sieht sie, okay, der tut nicht nur so, sondern der ist wirklich der Mann. Das ist Grund Nummer eins. Sie testet dich. Sie will gucken, wie du reagierst. Wenn du emotional wirst, wenn du impulsiv wirst, wird sie dann logischerweise auch keinen Bock auf dich haben. Punkt Nummer zwei ist, sie hat andere Optionen. Und das sieht folgendermaßen aus. Sie hat entweder hier einen Typen, der extrem viele Muskeln hat. Weißt du, der ist so auf dem Papier dieser hot, bad boy, fuck boy Typ. Der andere hat viel Geld und der andere ist vielleicht ein DJ. Und dann gibt es noch dich. Und du sitzt da und fragst dich so, warum nicht dich? Warum ist sie so zu mir? Warum schiebt sie mich in die Friendzone? Warum hat sie mit anderen Typen zu tun? Warum spielt sie die ganze Zeit irgendwelche Spielchen mit dir, mit mir? Das liegt an zwei Dingen. Nummer eins, sie hat eben diese Auswahl und sie will schauen, wer von denen am besten zu ihr passt. Deswegen ghostet sie dich wahrscheinlich. Deswegen spielt sie als Kalspieler, weil sie will gucken, okay, wie reagieren? Nummer eins, wie reagieren die anderen Typen? Und Nummer zwei, welcher von den Typen passt am besten zu ihr? Warum tut sie das? Weil die Frau hat jetzt eine sogenannte Hypergamie. Die heißt, sie will gucken, wer ist der Mann, der am meisten Kompetenz, der am meisten Status hat, mit dem ich klarkomme. So, und wenn du das nicht bist, wird sie anfangen, solche Spiele zu spielen. Es kann einerseits an der Hypergamie liegen, andererseits kann es auch daran liegen, dass ihr nicht die gleichen Werte und Prinzipien habt. Weil in deinem Kopf ist nur, ja, sie spielt heiß-kalt-Spiele. In ihrem Kopf ist, ja, welchen von den Typen soll ich nehmen? Was man jetzt davon hält, ist er einfach mal dahingestellt. Ich hatte letztens einen Typen, einen Gentleman, der hat mir auf Instagram geschrieben, der meinte, ja, ich habe gerade eine Frau, wir sind in der Kennenlernphase, aber sie hat mir auch gesagt, dass sie noch andere Typen datet. Und was soll ich machen? Ich empfehle, wenn du das Gefühl hast, dass es irgendwie in diese Richtung geht, habt nicht großartig was zu tun mit dieser Frau. Weil wenn du dich ein bisschen mehr verliebst, also mehr investierst in diese Frau, dann wird es einzig und allein zu Kopfschmerzen führen. Und du denkst dir so, ey, ich habe all die Zeit, ich habe all den Aufwand, diesen emotionalen Aufwand da reingesteckt. Am Ende entscheidet die sich für irgendeinen anderen Typen, der auf Papier nicht mehr wirklich besser ist. Und dann denkst du dir so, warum ist das passiert? Vorunnötig. Ergo, sie hat andere Optionen oder die Werte und Prinzipien, die passen nicht so ganz und deswegen fühlst du gerade das, was du fühlst. Punkt Nummer drei, weshalb sie heiß-kalt-Spiele spielt, ist Unsicherheit. Und das haben sehr, sehr viele Frauen. Denn in Situation A ist es so, du gehst auf die Frau zu und denkst dir so, okay, ich will die haben in meinem Leben und diese Frau ist so, nee, ich habe da keinen Bock drauf und sie rennt weg. Eine ähnliche Situation hatte ich damals. Und zwar war es so, dass meine Ex-Freundin, die hat Schluss mit mir gemacht, weil sie sich dachte, ey, nee, das passt irgendwie nicht. Ich kriege vielleicht einen besseren, jade, 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 das Typische. Die ist dann weggegangen, so das ist Jahre her. Und ich erzähle dir absichtlich von meinen Fuck-Ups, weil ich mich nicht als Guru-Gott hinstellen will, der gar keine Fehler gemacht hat. Ich habe so viele Fehler gemacht. Und ich habe wahrscheinlich so viel, viel mehr Fehler als du gemacht. Und deswegen bin ich hier heute, wo ich stehe. Deswegen ist es für mich auch gar kein Thema mehr. Und deswegen gebe ich dir auch diese Lessons und die Dinge, die ich gelernt habe, mit auf dem Weg. Wie dem auch sei, sie hat keine Lust mehr. Und in dem Moment, als sie weggehen wollte, als sie gesagt hat, nee, ich will nicht mehr, habe ich gar nicht darauf reagiert. Ich war so, weißt du was, komm, ist egal. Ich packe meinen Fokus woanders hin. Und Evo, Lava, ist passiert. Die Frau hatte plötzlich Bock auf mich. Woran liegt das? Du bist nicht mehr bedürftig. Sie ist so, ja, ich dachte, ich bin gut genug. Und ich dachte, dass er mir hinterherrennen wird. Aber dann in dem Moment, wenn du es nicht tust, wird sie dann umso mehr Lust auf dich haben. Die Frage ist, warum tun das Frauen? Die tun das, ja, weil sie unsicher sind. Aber am Ende des Tages ist es ein Muster, was in ihrem Leben in irgendeiner Art und Weise war. Vielleicht haben die irgendwie nicht genug Zuneigung bekommen. Damals als Kind, von ihrem Vater, von ihrer Mutter. Was es auch immer ist, ist auch egal. Sie hat eine gewisse Unsicherheit. Würde ich dir empfehlen, mit dieser Art von Frau grundlegend viel zu tun zu haben. Eher nicht. Aber bleibt jedem selber überlassen. Also, das sind die drei Gründe. Sie testet dich. Sie hat andere Optionen. Und sie hat eine gewisse Unsicherheit. Oder sie hat eine gewisse Unsicherheit. Und die Lösung des Ganzen, wer hätte es kommen sehen, ist, dass du komplett unreaktiv dazu bist. Heißt, du merkst, sie spielt Heiß-Kalt-Spiele. Du merkst, sie meldet sich nicht so oft. Was du tust, ist, du nimmst deinen Kaffee, gehst zu deinem Alltag, weißt du, machst genau die Dinge, die du vorher gemacht hast. Du kümmerst dich gar nicht darum, ob sie dir schreibt, ob sie dir nicht schreibt, ob sie cool ist zu dir oder nicht. Und du wirst merken, spätestens nach ein paar Wochen, wenn du dann weiterhin die richtigen Sachen tust, auf dem Date, dass sie sich denkt, ey, ich will mit dem Typen zu tun haben. Und dann wird sie auch aufhören, diese Spiele zu spielen. Und dann wird es von kalt zu heiß gehen. Und dann kannst du sagen, ey, Matt Alvarez ist schon ein G, dass er mir das gezeigt hat. Ich hoffe, das konnte dir helfen. Wenn ja, würde ich mich riesig freuen, wenn du dem Ganzen hier eine gute Bewertung gibst. Und wenn du sagst, ey, ich würde mich gerne noch so ein bisschen mehr erkundigen, zu dem Thema Frauen, wie man besser mit Frauen wird. Ich habe ein kostenloses Training für dich hochgeladen. Den Link dazu findest du unten in der Beschreibung. Klick dich einfach durch, trag dich ein und wir hören uns das nächste Mal. Dein Matt. Bye.